Mein Name ist Bettina Hart, ich bin Sprecherin und Kommunikationstrainerin. Der Auslöser, mich mit der TCM behandeln zu lassen, war eine bevorstehende Schilddrüsenoperation. Und ich hätte da im Krankenhaus ein Formular unterschreiben müssen, bei dem ich mich einverstanden erkläre, dass zu einem geringen Prozentsatz die Wahrscheinlichkeit besteht, dass bei der Operation ein Nerv verletzt wird. Und wenn dieser Nerv verletzt würde, dann hätte das bedeutet, dass ich meine Stimme verloren hätte. Und das war für mich klar, das kann ich auf gar keinen Fall unterschreiben und ich muss mich da nach einer Alternative umschauen. Und dann hat ein Bekannter mir die Praxis von Prof. Dr. Hempen empfohlen. Die Beschwerden, mit denen ich gekommen bin, war eine Schilddrüsenerkrankung, also ist immer noch eine Schilddrüsenerkrankung, Hashimoto. Das heißt, ich hatte eine 2,8 cm große Zyste und die war mit dicker Flüssigkeit gefüllt und dahinter lag ein Knoten, so 2 cm groß. Und beides ist konstant gewachsen und hat bei mir auch Schluckbeschwerden verursacht. Ich habe Akupunktur bekommen und verschiedene chinesische Teemischungen. Die Besserung ist relativ schnell eingetreten. Nach 6 Wochen war die Zyste komplett weg. Also die ist einfach ausgetrocknet. Und der Knoten, der dahinter lag, der ist auch geschrumpft gewesen. Und der ist seitdem bei 1,2 cm stehen geblieben. Und mein Endokrinologe ist begeistert von der Diagnose, weil da gibt es kein neues Zystengewebe und die Hormonwerte sind im Normbereich. Also ich bin beschwerdefrei. Also das Besondere an der TCM ist für mich, ich bin die einzige Frau in meiner Ahnenkette, die noch eine Schilddrüse besitzt. Die TCM-Medizin ist für mich wie nach Hause kommen. Also ich merke einfach, mein Körper liebt diese Medikamente, der schlägt extrem gut darauf an. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich das gefunden habe. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich das gefunden habe.